Tut mir leid, ich muss jetzt ein bisschen üben. Das ist schwierig. Ich dachte, wir machen ein bisschen kämpfen oder so. Oh, ja. Darauf die Antwort wäre auch noch cool. Oh, ja. Okay, jetzt muss ich kontern. Ja, toll. Ähm, vielleicht solltest du den endlich mal benutzen. Dieser Nachmacher. Ja, noch nicht so wirklich. Ich würde gerne mal ein paar hintereinander besiegen. Okay. Ich muss kontern. Da bin ich nicht so gut. Ich habe gehört, du warst ein kontaktvoller Schnee. Und ich habe ein bisschen Tipp für dich. Begst du das Punkt? Das ist der Ende für dich. Du hast eine große Antwort. Und ich habe ein bisschen Tipp für dich. Begst du das Punkt? Schon viel besser. Jetzt darf ich ihn angreifen. Ich habe gar keine Narbe im Gesicht. Oh, ja. Okay. Oh, ja. Ist da nicht die richtige Antwort. Oh Gott. Du bist nicht so gut für meine Arme, du poor fool. Oh, ich bin Rapper. Du bist Glüh. Ich habe ihn ge... Oh, zwei Siege in Folge. Aber es war auch wieder viel Glück. Ich würde es trotzdem probieren. Ich will Schwertmeister heute eigentlich noch schaffen. Und dabei wollte ich heute gar nicht so lange machen. Ich hoffe, sie ist jetzt wieder da. Alles andere wäre ärgerlich. Ja. Ich bin zurück. Und Mann, bist du in Träume dieses Mal. Lass uns das mitmachen. Ja. Du bist ein Schmerz in der Rückseite, Sir. Oh, ja? Das war nicht gut. Meine Zunge ist scherper als jeder Schmerz. Erstens, du waffst es wie ein Featherduster. Okay, das war gut von mir. Keine Ahnung, wird mich nie so schlimm wie du. Hm. Ich bin besser als du. Ich bin dein Glüh. War nicht das mit der Kuh hier sogar richtig? Oder? Ich meine, wir haben noch nicht verloren. Ja, man hat schon gehört, dass es falsch war. Wow. Ähm. Äh. Äh. Das war auch nicht richtig. Ich habe keine Ahnung, was ich darauf immer kontern soll. Ach man, jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Oh, das ist so nervig. Woher soll ich denn wissen, was ich auf ihr Zeug antworten muss? Weil keiner auf der Straße bringt diese Sprüche. Und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass wir noch nicht genug Antworten haben. Okay. War zuvoll, aber wenn er will. Bekommst du, um zu sterben. Ich habe mal ein Hund, das besser als du war. Hm. Er hat dir gebeten, dass alles, was du tun hast. Guter Konter, guter Konter. Was ist darauf die richtige Antwort? Also auf das mit dem Bettler. Das hat man ja noch nicht. Aber habe ich jetzt nicht auch das? Und könnte vielleicht dadurch rausfinden, was der richtige Konter ist? Das wäre wahrscheinlich auch das Richtige für die Glosser gewesen. Ist egal. Ich versuche es jetzt nochmal. Wir haben mindestens einen neuen Konter dazu bekommen. Vielleicht reicht es ja. Hoffe ich. Ich meine, das würde auch mit dem Betrunken in der Gossa, ne? Alle guten Dinge sind drei. Oder vier, fünf, sechs. Mal schauen. Ich bin besser als du. Sie drängt mich zurück, also war das falsch. Meine Zunge ist schärfer als anye Zunge. Ihre Zunge ist schärfer. Also passt das eigentlich gar nicht mit dem Staubfädeln. Ich schaue. Ich schaue. Das war schon wieder falsch. Glaube ich. Ich hoffe, dass du ein Boot bereit hast, für einen schnellen Erkauf. Ich würde das jetzt machen. So, oh, ich habe ja so eine Angst. Ähm. Und ich habe ein kleiner Tipp für dich. Verstehst du den Punkt? Wir verlieren wieder. Definitiv. Du bist ein Schmerz in der Rückseite, Sir. Wir haben verloren. Noch nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass es dir eine Erlösung gibt. Jetzt schrauben sie. Die ist gut. Die ist wirklich gut. Und ich komme halt einfach nicht drauf. Also bei manchen Sachen kriege ich sie inzwischen hin. Aber das ist so die Ausnahme. Sie hat wirklich viel. Ich glaube, ich muss noch viel mehr trainieren hier. Ja, vielleicht nicht. Ich muss ja noch ein paar Sachen ausprobieren. Ähm. Darauf die Antwort kennen wir. Da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher. Da rauf ist. Wobei, nee. Ich dränge ihn zurück. Ich habe diesen Schmerz auf meinem Gesicht während einer wunderschönen Struggle. Ich hoffe, dass du jetzt gelernt hast, zu stoppen, deinen Nuss zu spüren. Ich bin besser als du, oder? Ich bin Rubber. Du bist Glue. Das war schon das Richtige, glaube ich. Ich werde nicht deine Insolence nehmen und sitz dich. Oh, ja? Was will ich da sagen? Du wirst es? Ja, nee, ist es nicht. Er sieht ein bisschen aus wie ein billiger Dieter Bohlen in jungen Jahren. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit, um sterben. Als unerfahrenen Dummkopf. Neuer Konter. Noch dazu ein guter. Staubwägel. So, auf was möchte ich bitte noch den Konter wissen? Äh, das wissen wir schon. Hier wüsste ich gerne. Okay. Ja, und du wie eine Kuh. Richtig epischer Kampf hier. Richtig episch. Keine Worte beschreiben deine Hässlichkeit. Hast du dafür eine Antwort? Ja, sie sind. Du hast einfach nie gelernt. Okay. Und damit hat er mich jetzt noch besiegt? Dabei, ich war doch vor... Eigentlich war doch besser als er eigentlich. Ich hatte ja schon ein bisschen Vorsprung. So, vielleicht reichen die Aussagen jetzt. Mit ein bisschen Glück. Das Schöne ist, ich muss hier nur kontern. Ich muss hier nicht selber angreifen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das gut ist. Könnte auch ein Nachteil sein. Ja, wirklich. Ich möchte es hinter mir haben. Das ist es nicht. Niemand wird sehen. Okay. Ähm. Ähm. Ich bin unsicher. Ich will alle Kuh aus deinem Körper schlafen. Okay, das mit der Kuh würde ja schon irgendwie, ne? Ich glaube, das war gut. Ich glaube, das war richtig. Mein Name ist feiert in jedem dreckigen Korn des Islands. Hm. Ich... Es würde ja... Irgendwie passen, aber irgendwie auch nicht... ...in jedem dreckigen Eck. Ich wollte sicher, dass du mich mit mir fühlst. Ja, das war... ...nicht gut. Nur mal habe ich mich so einen Kuh getroffen. Hm. Ach ja. Ich bin Rubber, du bist Glue. War das... ...die richtige Antwort? Jetzt weiß ich, was Filz und Stupid sind wirklich. Hä? Warte, warte. Nochmal ganz kurz. Ähm. Können Sie das wiederholen? Ich habe es nicht richtig gesehen. Jetzt weiß ich, was Filz und Stupid sind wirklich. Okay. Jetzt habe ich verloren. Unckel, Unckel! Jedes Mal, wenn ich einen Kampf hatte, kommt sie im nächsten Kampf mit... ...ähm... ...mit ganz anderen Sachen plötzlich. Diese Frau ja nie gebracht hat. Die muss ein Repertoire an Beleidigungen haben. ...dicker als jedes Telefonbuch. Weißt du, ich komme hier mit... ...mit fünf Antwortsätzen, die wir früher in der Grundschule gebracht haben, wenn uns... ...irgendjemand beleidigt hat. Selber! Hä? WTF? Können wir kämpfen? Hallo, kämpfen? Kämpfen? Ja. Piraten. Ja, ja, komm. Ich brauche noch ein paar Antworten. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit, um zu sterben. So. Äh. Mhm. 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 Meine Zunge ist scharfer als jede Schwert. Das ist nicht fair. Sie benutzen die Schwertmeisterin, die ich sehe. Achso, ich kann jetzt aber teilweise... Ich kann jetzt die Sachen von der Schwertmeisterin mitnutzen. Das ist nicht fair. Sie benutzen die Schwertmeisterin, die ich sehe. Aber ich kann jeden damit besiegen. Meine wiesesten Feindungen sind auf der ersten Seite von mir weg. Das ist nicht fair. Sie benutzen die Schwertmeisterin, die ich sehe. Okay, damit kann ich jeden besiegen. Sie sind gut genug, um die Schwertmeisterin zu kämpfen. Sie sind gut genug, um die Schwertmeisterin zu kämpfen. Nicht so gut. Ich würde sagen, vielleicht solltest du den auch mal wieder benutzen. Ich würde sagen, vielleicht solltest du den auch mal wieder benutzen. Das war bestimmt nicht richtig. Und tschau. Noch nicht. Ich weiß halt immer noch nicht, was hier das Richtige ist. Was? Oh, ja? Oh, ja? Da passt überhaupt nichts. Also mit dem Ding verliehen wir jedes Mal. Ich habe halt nicht die leiseste Ahnung, was da die richtigen Antworten sind. Und das ist einfach nur verwirrend. Ich hänge hier, glaube ich, inzwischen eine halbe Stunde an der... Ich würde sagen, wir nutzen mal nicht ihre Sprüche. Sondern wenn, wenn dann halt wirklich andere, damit wir noch ein paar Konter bekommen. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Ja, das schon, aber wir haben halt trotzdem Konter, die dann irgendwie ein bisschen dazu passen, oder? Äh... Das Ding ist, wir können halt jetzt jeden besiegen, nur sie nicht. Ja, und das, das ist schwierig, weil gefühlt, ich glaube, wir kriegen keine neuen Konter, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass keiner unserer Konter dazu passt. Hier auf die zum Beispiel. Ich hoffe, dass ihr ein Boot bereit habt, um einen schnellen Weg zu kommen. Das ist nicht fair. Ihr könnt jetzt jeden besiegen, aber was soll ich darauf zum Beispiel antworten? Oh... Oh... Ja, das werde ich jetzt wohl auch wieder tun. Das ist nicht fair. Ihr benutzt die Sprüche der Sprüche der Sprüche, ich sehe. Wow, du bist gut genug, um den Sprüche der Sprüche zu finden. Das ist... Das ist nicht einfach. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen und länger überlegen. Die muss schon so genervt von uns sein, wie wir so alle fünf Minuten angedackelt kommen. Ja, wir fassen uns. Ja, wir fassen uns. Nur einmal habe ich mich so ein Zeug. Das war, glaube ich, nicht gut. Jedes Wort ist dumm. Ach ja? Ähm... Was soll denn darauf passen? Wie gesagt, diese Übersetzung, die passen halt leider auch nicht so gut zusammen. Wie passend. Ganz für eine Kuh. War das nicht eigentlich das Richtige? Mal... Darf habe ich das Richtige. Darf habe ich das Richtige. Ich wollte sicher, dass du mit mir gefühlt fühlst. Ich glaube, es war doch nicht das Richtige. Ja. Es gibt keine klare Bewegungen, die dir jetzt helfen können. Ähm... Ach ja. Oh, ja? Uncle! Uncle! Ich hoffe, dass das dir eine Lehre teilt. Jetzt schreibe. Wie zum Teufel. Vor allem dieses Hin- und Herlaufen jedes Mal, weil sie abhaut. Das ist halt auch mega zum Kotzen. Ich müsste eigentlich mir die Konter auf Englisch aufschreiben, damit ich wirklich weiß, was er sagt. Die Karte geben immer noch an, wenn ihr gut in die Karte geben ist. Dann das sind halt nicht nur ein promised remember. Ich wäre ja auch ein Karte. Ich nehme die Karte geben. Ich freue mich. Ich freue mich.